So, vorab einmal sorry, das hier sind jetzt gerade nur zwei Clips, die halt so ein bisschen länger sind, also einmal eine IP und einmal eine Retro-Plattform und da ich jetzt eigentlich echt keine Zeit mehr habe und eh noch Halsschmerzen habe und ja, mache ich das einfach so, ich hoffe es ist auch mal okay für euch, wenn das jetzt nur so zwei Clips sind quasi, also das ist auch kein richtiges CW-Clips-Video eigentlich, ihr könnt über das Formular in der Beschreibung immer noch die Top 5 Clips of the Week einschicken. Das wird dann nächsten Samstag, wird dann die erste Folge kommen und ja, wie gesagt, sorry, das hier wird nur so ein kurzes Video sein, besteht aus, nur aus zwei Szenen und ja, es ging halt leider heute nicht anders, aber bevor kein Video kommt, dachte ich vielleicht, macht man es halt so, ne. Die zwei CWs waren auch eigentlich gegen sehr gute Gegner, also erstmal hier gegen Econium oder keine Ahnung, wie die ausgebrochen werden, das war Platz 23, ja, hier der CW gegen Econium, Platz 23 und der andere CW war hier gegen Kamikaze-Gro aus dem Best-Of-CW, Kamikaze-Gro ist auch Platz 16, also waren auch relativ gute Gegner von der Platzierung. Du hast doch mal seinen Noc an. Ja, auf erste Schicht, du machst das dann. Ja, dann tu noch ein zweites Web rein für da. Ja, warte, ich mach zwei Webs rein. Du musst dann eventuell zwei Blödschen machen oder nach so. Machst du, Hadi. Es ist nur eins, ja, ich hab schon eins. Ja, dann darf man es drin. Nein, Hadi muss ablenken, Hadi muss ablenken. Wer müsste, macht du jetzt erste Schicht? Wo ist Hadi denn? Ja, Hadi, weiß ich nicht. Vor dir, äh, hinter dir ist halt einer. Da ist ja einer, da ist direkt einer vor dir. Bist du erste Schicht? Nee, ich kann einen machen, aber wo bist du? Er macht dann, er macht dann auch. Ich bin erste Schicht, wenn du auch machst. Die werden dann aber sofort runterkommen, weil da sind ja alle drei. Der Web ist in den Web sitzen, der nicht reinspringt, das Web, also genau in ihn rein. Achtung, da kommt einer. Der Web ist in den Web sitzen. Ah, die hat gefuckt. Schön, schön, Wens. Komm, die sind. Das ist ein Web-Snaz. Guck mal, ich bin der perfekte Zweck und der Hammer ist der Verfeck. Wie habt ihr es gerade, ich hab's zwar gehört, aber wir haben... Rettungsplattform einfach. Einfach, und Hadi hat das dann abgelenkt, oder? Ah, ich... Ich hab Gefäßt. Hals, Energie, auf den... Baut jetzt, baut jetzt, baut jetzt! Ja, bewaffnet das Goldschwert, ihr trefft hier. Wer hat Goldschwert? Er hat Goldschwert. Hast du noch Eisen, Sakuno? Ich hab Eisenschwert, ich hab Eisenschwert. Hast du noch Eisen für mich übrig, für den Hanisch? Gib, gib, wem ist das Eisenschwert? Der zweite Block ist Sam Stone. Der... Hey, Sakuno, hast du ein Dreier-Hanisch? Ich hab... Dreier-Hanisch, ich hab eine Hanisch. Die Sache ist halt, ich nehme an, die werden sterren hier, was auch gar nicht dumm ist. Die werden dann schon einfach so cool. Ja, der geht, der hackt halt einfach. Ja, er hat dir einst Ticket zu geben, was? Ja, reicht schon. Und das von denen reicht nicht. Nee, reicht nicht. Ja, das ist doch nötig. Ach, da, 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 da. Nee, nee, das musst du mir droppen. Ich mach die Chests auf und da tu ich das rein. Ja, mach. Tu mal die Goldschirm auf. Hast du Stärke eventuell noch? Ja, hab ich schon. Nee, was ist hier auch noch? Sakuno, du musst backstain, der lebt immer noch, er liebt immer noch. Mach, mach mal richtig. Kann man unten werfen? Es ist halt genau bis 0, gell, safe. Mehr nicht. Rechts werfen? Nein, es ist zwei Base, lass mich noch ein bisschen safe bauen. Ja. Willst du, ähm, irgendwie antäuschen mit einer 1er Heepot? Das wird, ich glaube, das wird locker klappen. Das wird locker klappen. Da wird keine Stärke haben. Da wird mindestens einer runterspringen. Deswegen ist die Hand hatte noch keine Stärke mehr alles. Jetzt müsste ich schnell werden. Ja, natürlich. Er geht da hoch in der Base? Einer kommt unten. Einer ist unten. Nee, es ist Hardy. Ach. Einer macht unten. Einer ist unten drauf, MLG. Bämis, komm. Bämis, komm. Jetzt, 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 komm. Ja, komm. Wir haben Baseball, ne? Du kannst dann den vorbei werfen. Komm. Der trotzt und ralt es nach. Der TNT-Schutz lieft nach wie vor. Bämis, mach, okay. Bämis, mach. Bämis, komm. Der geht nicht sterben. Ja. Und D. Bämis, komm. Bämis, komm. Bämis, komm. Dann hab ich noch zwei hits gegeben zum Glück. Hättest du's bekommen, und wär's an Enstone? Ne, das war... Ich bin ja schon gestorben. Das heißt, das war wirklich... Ich bin ja gestorben, dann hab ich Bett geholt. Echt? Ja, guck mal in den Chat. Das heißt, jede Millisekunde wäre noch entscheidend gewesen. Hätten die einen Endstone, hätte ich es nicht bekommen. Nein!